Sollte das funktionieren? Ich komme ja kaum mit dem Panzer vorbei. Selbst wenn der mit einer Rakete knacken würde, würde ich damit nichts anrichten, weil das Ding nicht zerschreddert. Wo soll ich mir nicht so umgehen, würde ich sagen. Wenn ich richtige Einheiten habe, richtige Fahrzeuge. Jetzt fahre ich einfach mal da rein. Das wird sogar funktionieren. Das Problem ist, ich werde jetzt gleich nochmal schießen und dann bin ich tot. Funktioniert also nicht so. Super, muss ich jetzt wieder alles nochmal spielen, weil ich irgendwie nicht genug Raketen habe oder was? Komm, ladet mich schneller. Ja, dann eben nicht. Schießt er auch auf mich, wenn das Fahrzeug zwischen ihm und mir steht? Hm. Interessante Frage. Gut, dass das Ding nicht langsam fährt. Weil ich kann nicht noch langsamer fahren, wenn ich schimpfte. Schade, hätte ich das einkönnen. Kannst du mal wieder aufhören auf Dinge, die du nicht siehst, zu ziehen und... Stattdessen auf Dinge ziehen, die du siehst. Nein, nein, du kommst da nicht durch. Das heißt, ich dachte, das Spiel ist normal. Das Spiel, ja, die Mission. Oh, nö. Okay, das heißt, man muss schön tief ziehen, damit man die scheiß Panzersperren trifft und dann muss man... Warte mal kurz. Das sind zwei Panzer, zwei... Ich hab' fünf Raketen am Anfang. Was? Moment, also, ich hab' da hinten ne Schilker, glaub' ich, war das stehen. Kann die Schilker... Das könnte ich mit nem Sprengstoff vielleicht... Dann... Dann würde das grad so aufgehen, aber... Das scheint mir grad unsinnig. Nein, eine Rakete... Zwei... Drei... Drei... Vier... Fünf... Panzersperren muss ich aufschießen, sonst komme ich nicht weiter. Sondern auf jeden Fall hab' ich drei. Denn... Das ist ne Schilker, ja. Ach du Scheiße, das heißt, ich muss die Schilkers mit Panzer... Ach du F*** dich. Hab' ich dafür überhaupt... Ne, dafür hab' ich gar nicht die. Doch hab' ich... Ne, Moment... Zwei Schüsse hab' ich am Anfang... Drei... Die halten ja leider zu viel aus, ne? Die halten leider ein Treffer aus, ja. Okay, damit töten wir, oder? Das würde ihn nicht beeindrucken. Das beeindruckt nur mein Fahrzeug. Hm... Muss mal weg. Tschüss. Hm... Kann das nicht irgendwie backen, dass er mir so langsam runterrutscht, oder? Nein, vermutlich nicht. Jetzt hier rechts noch irgendwie ein Stück weiter vielleicht, ne. Ich muss also... Ich muss also... Daraus jetzt die Raketen... Moment, da könnte man vielleicht tatsächlich herunterkommen. Wenn diese Scheiß... Schilker nicht die ganze Zeit auf mich bannen würde. Wenn mir das nicht die Schilker... Danke. Okay. Moment, hier irgendwo ging das... Soll's nicht aufstehen. Soll's da runter... Ne, geht nicht. Einen Versuch hab' ich noch. Ne. Ja, was mach' ich, wenn ich den Pansen... Bei die da oben könnte ich vielleicht theoretisch sogar alle ohne Ding wegbekommen. Ich überleg' gerade. Ich glaub' fast nicht. Habe ich zwei oder drei Schuss am Anfang? Ich glaub' zwei, oder? Im Moment, ich habe ja den da noch beschossen mit... Hat er den mit einem Schuss gekillt? Vielleicht kann ich ja den Panzer doch damit killen. Mit dem... Müssten ja auch 20 Millimeter sein. Aber irgendwie bezweifle ich, falls ich den kaputt bekomme. Aber hey... Kann's ja mal versuchen. Moment, vielleicht kann ich so weit weg stellen mich, dass er mich... Ne, ich glaub' das ging eben beim... Dingsbunst schon nicht. Beim Scharfschützen und beim Panzer wird das wahrscheinlich noch viel weniger gehen. Oder geht das? Ich glaub' ich muss nochmal starten. Hab' ja gar keinen Bock zu... Mann, ich würde nicht mehr. Ach... Was klebt denn da schon, bitte? Ach... Ein wenig schneller, komm' So, was war das? So war das. Ist eh unwichtig, da ich eh nur einen Schuss ausweichen kann. Maximal. Das heißt, ich muss das Ding beschützen um jeden Preis und dann muss ich noch entsprechend die Dinger wegstellen. Kann ich einfach da runterfahren? Hm... Interessante Frage. Ach, Idiot! Ich hab' ja noch... Sie haben mich komplett vergessen. Fuck! Ich hab' ja noch... Oh... Da hab' ich gar nicht mehr gedacht, dass ich nur so ein Laser-Ziel-Ding hab' Kann ich den damit töten? Ich glaub' ich kitzel den nur, hm? Ja, ich glaub' ich kitzel den nur. Hm... Ich hab' ja noch das... Oh... Wieso erinnert mich denn da wieder keiner dran? Kann er damit auch die Schilkers angreifen oder geht das nicht? Wahrscheinlich muss ich die Schilker da noch ausschalten, ja. Hm... Da hab' ich ganz vergessen. Scheiße! Gut, dass ich meinen Text durchgelesen hab' Ah, wer hat'n die? Die hat die, glaub' ich, ne? Ich steck' grad' im Panzer. Ich nehm' nicht an, dass ich damit die Schilkers, äh... Wegblasen kann, oder? Das wär' cool. Ich mein' bitte, das sind irgendwie... A10. Sie sollten den Schilkerangriff aushalten. Gepanzerte Klopfer! Ziel und... Da ist ja Zielerfassung. Funktioniert nicht. Panzer da hinten seh' ich wohne hier auch nicht. Scheiße. Mitkommen. Kann ich die jetzt überhaupt schon benutzen, oder muss ich hier tatsächlich erst alles ausschalten, bevor ich die benutzen darf? Na ja, was glaubst du denn? Wahrscheinlich hätte ich irgendwie die Schilker da vorne und die ausschalten sollen und die Panzer damit... Naja. Hab' keine Ahnung, wie die Entwickler sich das vorstellen. Hm. Panzer update rakieren von dem... Naja, wobei, wenn der mit einem Schuss killt, wird's sogar gehen. Erst mit dem zweiten Schuss wird's kritisch. Hm, noch ein Stück. Ziel wird verfolgt. Negativ Alpha 2. Ich erhalte immer noch Angaben zu Flugabwehreinrichtungen in dieser Zonics. Was labert er da? Ich hab's nicht verstanden. Moment, was? Negativ Alpha 2. Ich erhalte immer noch Angaben zu Flugabwehreinrichtungen in dieser Zonics. Wirklich dummer Wichse. Wirklich dummer Wichse. Ignorier die einfach. Du bist eine verfickte A10. Hast du nicht ein 30mm Geschütze oder sowas drauf? Ist das Ding dich abgeschossen oder hast du das Ding noch zweimal zuhaar gestückelt? Ja, das wollen wir jetzt alles mal überspringen. Das können wir nicht überspringen. Das können wir nicht überspringen. Gut, dieses Mal machen wir das anders. Ich weiß noch nicht so genau wie, aber anders wäre gut, glaube ich. Was ist der Typ von... Der sonst noch runterläuft mit dem Panzerfass auf mich schießt? Ach, schieß doch! Ach, der Typ da hinten. Ich weiß, dass da noch ein Typ da hinten ist. Oh. Offensichtlich nicht. Hat heute keinen Bock. Oder ich. Trist du? Naja. Bei Fähigkeit ja auch mit Sprengstoffen. Bei Sprengstoffen möchte ich dann doch noch ein bisschen aufheben. Ich habe zwei Schüsse damit. Die eliminiere ich jetzt mal. Gut, damit wäre eine weg. Das ist eine von meinen, ne? Ja, doch. Frage ich mich, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein. Ne, ich glaube auch nicht. Glücklicherweise ist das Scharfschützengewehr ein Instant-Kill, wenn man trifft. In den Bunkern, da liegt auch nichts mehr, oder? Interessante Frage. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Das sieht eher leer aus. Ja, macht das schon. Das sieht auch eher leer aus. Okay. Da haben wir nix. Ähm, Conner, es geht vor. Nicht, dass der gleich jetzt irgendwie oben drauf sitzt und sich wegballern lässt. Hm. Ich finde auch die Panzer-Division so schön. Jetzt laufen wir natürlich nicht in dem perfekten... Wir sind alle drin. Gut. Kann ich keinen mehr überfahren. Schön. Finde ich gut, wenn ich meine eigenen Leute nicht überfahren kann. So. Wenn wir schon kein Zweck bleiben, noch eine oder zwei. Ich bin mir nicht sicher, wir sind jetzt schließlich immer tot. Ich fahre ihn einfach tot. Würde natürlich nur funktionieren, wenn ich auch... Ich meine, dann hätte der rausgeschossen werden kann. Na, du solltest das doch ausrüsten und den behandeln. So. So, steck wieder ein. Du kennst das ja schon. Das ist nicht das erste Mal, dass du da rausgespaltet wirst. So, wer ist denn jetzt der Glückliche eher? Hm. Ich schieße die noch mal tot. Ich fahre noch einen Millimeter weiter vor. Ich schieße die noch mal tot. Ich schieße sie doch tot. Na, ich mein, ich bin ja nicht der Fahne. Schilke macht offensichtlich nicht viel Schaden an. Jetzt stellen wir uns erstmal ein bisschen dekorativ an die Seite Das tötet sie natürlich jetzt nicht Enthalt von Panzerschlagen Boah, mir geht's gut Das Spiel hat doch ernsthafte Probleme Was soll ne? Gib mich denn da So, er war der Typ Aufnehmen Aufnehmen, nee, wir möchten die Kanone nicht besetzen Wir möchten nur das Zeug mitnehmen Und dann möchten wir uns hier hinlegen So kann ich jetzt schon Oder noch nicht so Nein, nein, mach das sofort wieder aus Oh, mein Glück Ich war so das letzte Mal, wo ich das Ding anhatte Was zum Ja, wird verfolgt Darf ich jetzt mal E drücken Ach, na also So, warten wir mal kurz einen Moment Bleibt in meiner A10 Schön, wie viel kann ich davon rufen? Sagen wir bitte unendlich viele Jetzt brauchen wir noch den zweiten Panzer Der irgendwo rumeiert Rumeiert Perfekt Wie viel hab ich davon? Da steht keine Zahl dabei Das irritiert mich Äh, hallo Komische Kurve, wie das Ding fliegt Oh, okay Komische Kurve, wie das Ding fliegt Darf ich bis zum